jetzt geht's auf hallo und willkommen zurück zu wahlheim auf ins letzte uns bekannte grab blaue bären auch bekannt dass blaue bären brauchen glaube heidelbeeren blau bären immer man sich auch nennen mag hallo skelettor schluck zu die los im kurs 1 jungen die töte wenn es nicht die bloße aus der zurück und dann macht es noch zuerst fertig ich mag eine ploppen ich mag es verprügeln 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 ach da steht schon einer der ein beblüßenskomitee um eingang, rechts ist nichts da ist kein tier drin wo geht es da hin da ist links rechts ein tier da geht es auch nicht weiter ganz ruhig hinschreiben hier ist nichts zu finden ja dann haben wir da noch zwei türen du brauchst gar nicht weglaufen du fleiner mieser rundlein du jetzt sind die anderen die reingegangen oder? ja da ist eben nicht grösend dahinter wo kommst du? wo kommst du? wo kommst du? wo kommst du? gut dass die Rüstung noch einiges abgefangen wo kommst du? ein Kern, der meinen Namen trägt wo ist denn das? das hast du wieder gefunden ich komm mal bei mir gehst nicht weiter wo kommst du? wo sao 여러분들 91 schweign reinkern wir in den großen Raum rein in den großen Raum rein wäh? oh F**k ich bin vergift wäh? auch Kjekli ist auch aus Oh, ich verstirb gleich. Ich mache den Spawner noch in meinem letzten Lebensabenzug. Lass mich durch. Breg. Bogenmucht kann mir einen Schaden. Ja, greifen wir von hinten an. Also, jetzt ist er bei dir. Jetzt ist er bei mir. Ich habe keine Fackel mehr. Doch, ich habe schon eine Fackel. Die sind ja von hinten ins Kreis. Jetzt haben wir ihn. Ei, 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 das war knapp. Ui, ei, ei. Schau, ich habe es essen können. Darf ich aber für Giften aufhören? 17, 14, 19, 17, 15, 12, 8. Ui, das war knapp. Ich habe mir den letzten Abendzug mal den Spawner kaputt. Aber ich habe noch überlebt. Spawner ist ein Giftskelett. So, da waren wir leid. 17 Südling-Tierne habe ich schon. Ich habe jetzt auch noch drei. Dann haben wir 20. Dann haben wir 20. Pro Ding braucht man 5, glaube ich, oder? Dann können wir noch eine Schmiede bauen und noch einmal einen Kohleofen. Da geht es hinauf. Mit deinem Leben war es voll aufgerostet, um ein Fall. Nein. Ja, es steigt schon wieder auf 3, 20. Hast du ein Herz dabei? Ich glaube schon, wenn ich etwas aufklappt habe. Das ist gleich glücklich. Dann wird es gleich dunkel, liebe Zuschauer. Dann muss ich doch mal deinen Gammel in den Tee rein. Jetzt ist es dunkel. Jetzt glaube ich, wir sind mehr fertig, oder? Dann haben wir eine Tue. Nein, da geht es noch. Also, da steht eh eine Fackel. Noch einmal weiter auf. Dann kommen wir so weit, ist es gar nicht auch gegangen. Super, nein, da ist es gut. Dann haben wir viel toll. Grabkammer, wo man nur kleine Treppen runtergeht. Und da geht es dreimal in den Tee. So, wo geht es noch nicht weiter? Nein. Äh, nein. Da ist es gut ausgegangen. Da links. Genau, da geht es noch nicht weiter. Nein. Nur fertig. Gut. Oh, hell. So, dann haben wir diesen auch erledigt. Ja, ähm. Wie viel kannst du denn du noch tragen? Ja, hund, äh, hundertein, hundertein, hundertein. Dann gebe ich dir, weil ich möchte noch Zinn farmen. Ich weiß noch, möchtest du Zucker oder möchtest du auch mit Zinn farmen? Nein, also, ich gehe noch ein wenig umeinander und suche noch Beeren. Okay, warte, dann gebe ich dir noch meine blauen Beeren mit, die ich habe. Und die Kerne gebe ich dir auch, weil die hast du auch dabei. Genau, dann kann ich noch 200 Kilo Zinn farmen. Dann sehen wir uns da oben dann. Ja, jo. Und dann, weil ich sage, schauen wir mal, ob wir ein Boot bauen können, oder? Ein Schiffchen. Ich sehe schon ein Schiffchen bauen. Müssen wir da auch noch mal. Wir können aber auch mal Richtung dem Ur-Vater, oder wie man der auch weiß, der Laufen. Ja, ich glaube, da müssen wir da auch über das Wasser. Aber da sind wir halt schon im düsteren Wald, kann man feststellen. Ja, wir sind doch jetzt im düsteren Wald. Nein, nein. Nicht im düsteren Wald. Im Sumpf dann. Ist der Urli im Sumpf? Nein. Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen. Gerne. Der Bogen ist schon geil. Der Bogen ist geil. Ja, mit den Pfeilen auch noch. Das ist schon gleich noch geil, oder? Dann können wir dann mal schauen, ob wir da was wissen müssen. Wenn ja, müssen wir ein Boot bauen. Dann passt es ja wieder. Da muss der Floki einsteigen und muss eine Bootanlegestellner machen. Der Floki? Der Floki. Nein, das ist Stein. Das brauchen wir nicht. Ran nutzen. Nutzen. Dann brauchen wir nur eine große Hose. 245 in den Stein kannst du wegschmeißen. Das heben wir uns auch. Das auch, das auch. 2,2,20 Rubine dabei. Reicher Mantel. Ja. Jetzt ist bloß eine Frage, was können wir da verkaufen? so ist damit die steine noch mehr schmeißen das ist sehr unhöflich sehr unhöfliche menschen in dem gebiet menschen unhöfliche was auch immer ureinwohner sagt man hat bei euch immer so viel so viel regen nein wenn es nebel ist nicht ja ein troffer kuh und sammeln ein feld kann man auch linke gibt es doch viel zu machen ja schon nein jetzt gehörte sie mal aufhören was kann wegschmeißen wollen wir einen haufer Jetzt bin ich 18 Kilo überladen. Ich mag das Zimmer nicht wegschmeißen. Schleuder. Das ist auch nicht raus. Es hilft nix. Ich muss ein bisschen Zinn da lassen. Zwippenort Zinn da. Insgesamt 216 Kilo. Na gut, dann bleibt das Zinn halt da. So. Dann werden wir später wieder. Ich bin auf dem Weg noch zurück. So. 220 Kerne haben wir jetzt. Ja. Da brauchen wir noch eine Schmelze. Eine Schmelze brauchen wir nicht. Aber einen Kohleofen brauchen wir auf jeden Fall einen zweiten. Die Tiestel ist glaube ich auch etwas zum Kuchen. Was willst du denn jetzt von mir? Der Weg du brauer Zwerchchen. So. Aus der Atten. So. Wo haben wir denn unsere... Mit der Natur glaube ich. Genau sind da Tiesteln drin. Schwimmen in 10. Na? Na. Sie leben für Lömer. Das schafft man nicht. Ja doch. Aha. Genau ausgegangen. Uiuiui. Okay. So. So. Wie geht's euch? Meerschweine? Meerschweine? Immer noch. Immer noch. So. So. Und so. Geh mal nach. Auf Jagd. Auf Bären. Bären Jagd. So. So. Blitzer. Fleischroh. Was geht ab da draußen? Ich denke mal, dass ich jetzt unsere Facki angreift. Aber es ist aber nichts los. Wahrscheinlich hört sich das an, wenn sie gerade fressen oder so? Ja. Bronzebeinschutz. Fünf Bronze, zwei Hirsch. Okay. Das kriegen wir hier. Kann man noch besitzen. Dann kann ich uns zwei Beinschutz bauen. Dann haben wir noch einen Bronzehelm. Dann sind wir eigentlich zusammengekriegt. 23 Kerne haben wir jetzt. Insgesamt. Hämmerchen. 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 Kohleschmelze. 20 Stein. 5 Kerne. Gibt's wahrscheinlich eh nur im... Düsterwald dann. Was denn? Die blauen Pärme. Da fügt ich nur die roten. Jaja. Gibt's nur im Düsterwald. So. Mertörl haben wir. Jetzt müssen wir da mal die Fackel weichen. Zerweichen. Hier da her. Oder auch nicht. Weil. Weil. Welch eine Begründung nicht. Das ist hier nicht möglich. Ja, aber warum? 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 Da ist ja auch nicht unten stehen vielleicht. Nein. 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 Das ist ja blöd. Und dann baue ich ihn halt vorher. Da geht er nicht. Okay. Wahrscheinlich weil der Boden so unnimmig ist. Wo ist denn die Hake? Hast du die dabei? Nein. Die normale Standard Hake. Weißt du? Die zum Boden Ebenen. Ich glaube die ist in meinen... Was? 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 неё... So. Mur�� Qursche. Tai. Das ist aufwärtsin jetzt war es ja sehr schön so was denn du gehst du in diese warte nun gegangen und mich kann man gleich Okay, ein Troll. Hast du die Empfehlung gesehen? Das passt schon. So, jetzt brauchen wir Kohle, Kohle, Kohle. Mein Schmulzen. Kupfer vorkommen. Das haben wir noch nicht. Gleich markieren. Schon dabei. Hast du das Pingern? Mittlere Maustaste. Warte mal, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Erstmals auch da bin ich. So, gehen wir jetzt. Jetzt halt. Jo, danke. So, den Heizen. Da war nur eine. So. So. Oh ja, net. Steinbrot. Net. So. 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 Schau, ist gekommen. Da ist kein Harz mehr. Na gut, da haben wir Knurrenpfeffer. Ja, da haben wir Tausende, ja. Sagt, ich hab kein Harz mehr. Ich hab noch 50 in der Tasche. Ich schmolle ihn da, Lutz. Wer möchte da rein? Irgendwer klopft an meiner Büropür. Drecksil. Wo gehst du rein? Da ist ein Spana. Geht auch nicht nahriger. Das schaffst du schon. Glaub an die. Na, da muss ich mit den zwei laufen. Na toll, die Zahl haben wir gesehen. Dein Harz zur Verfügung. Sind wir 60 Stück in der Tasche? Achso, die haben voll. Ah, jetzt. Verstehe. Ja, so ist's. Jetzt geht der was vorwärts mit der Poli. Ja, jetzt sag ich da. Jetzt lutscht's. Machen wir bloß noch Holzsäckchen. Scheiße. Das hab ich jetzt wieder nicht denken. Ja, aber da Holzsäckchen auch noch muss. Haben wir aber noch ein Ding drin dann. Ja, ja, ich weiß schon. Wo ist's? Wo ist's? Brahl? Na ja, ob das jetzt verbreitet geht oder nicht. Jetzt ist auch lust. Eben. Da müssen wir so und so wieder rein sein. Ja. 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 Gut. Das ist eigentlich sowas wie ein Fotomodus. Kannst das voll nicht sagen. Jetzt. Finster jetzt. Weil kein Screenshot nicht mehr, weil es so finster ist. Tja. Der Ofen kühlt. Der Ofen kühlt. Jetzt haben wir es geschafft, ich glaube wir haben Warleim durchgespielt, jetzt ist es leicht. Jetzt haben wir zwei Kohle, oder? Jetzt haben wir zwei Ofern, was soll ich uns noch passieren? Kohle geht uns nicht raus. Jetzt sind wir ja YouTuber. Ja, die Biesten. Gut, kann ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ton, ja. Dann schauen wir mal, was wir da finden. So ein Fädel anlegen, mit einem Steg bauen. Jetzt kommt dann wieder eine Baufolge von mir. Was heißt von mir? Ja, ich stelle mir da nicht mehr und schaue dazu. Ah. Was ist das denn, was haben wir da für den Matzenberg? Da ist gar nichts wichtiges. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja, was. Ciao.